Dann sind wir jetzt auf Sendung. Mein Name ist Klaus. Mein Name ist Dirk. Gemeinsam sind wir für Nüsse. Achso. Was? Ja, ich dachte jetzt den Namen so. Ah. Dirk. Ah, Klirk. Daus. Ja. Willkommen. Mea Kulpa, Mea Kulpa. Wir befinden uns heute auf der Mea Kulpa, direkt vorne am Costa del Clausemann. Weniger ist Mea Kulpa. Ja, das ist meine Schuld, dass diese Folge so spät, wenn wir es schaffen, dann noch heute am Dienstag, wa? Ja. Heute am Dienstag, den zweiten April. Also im Endeffekt war das ein Mörder-April-Scherz. Oder ich bin halt einfach länger im Urlaub geblieben. Generell viele Mörder-April-Scherze. Ach, du willst mich wahrscheinlich jetzt auf dem Laufende halten, weil ich weiß gar nichts. Na, ich habe zwei gesehen. Einen fand ich tatsächlich ganz lustig. Aber die ING-DiBa-Bank hat eine Anzeige geschaltet, dass du jetzt mit deinem ING-DiBa-Tattoo Geld abheben kannst am Automaten. Und du kannst es halt einfach scannen lassen. Dann kannst du halt so bezahlen mit dem Tattoo. Und ich dachte, ach, lustig, dass die sich so viel Mühe gemacht haben, dann ein Video zu drehen für Instagram und Facebook. Haben sie? Okay. Ja. Und ich dachte, ja, also ich meine, der hat blöder Spaß natürlich. Und Nowitzki war hoffentlich tätowiert. Ist das nicht das Gesicht für ihn? Ich weiß nicht, ob er das immer noch ist. Ja, aber ziemlich lange, ne, dieses Ding. Und am Morgen des ersten Aprils, bevor ich realisiert habe, was für ein Tag es ist, bin ich tatsächlich kurz bei der Überschrift eines April-Scherzes drauf reingefallen. Und ich dachte, da hieß es das Hamburger Stadion, das Volksparkstadion, auch bekannt als AOL-Arena. Auch bekannt als HSH-Nordbank-Arena. Ich weiß gar nicht, was es jetzt ist. Easy-Credit-Arena oder irgendwas. Angeblich haben die Öffentlich-Rechtlichen die Namensrechte gekauft. Und das heißt Tagesschau-Arena. Und ich dachte nur so, das ist eigentlich passiv. Das wäre aber ganz okay. Es wäre nicht so ganz out of character für ARD und CDF. Einfach zu sagen, ja, wir haben fünf Millionen ausgegeben, damit es Tagesschau-Arena heißt. Ja, also ansonsten habe ich, glaube ich, nichts... Ach, irgendwie die, irgendeine Polizei auf dem Land hat noch auf Twitter irgendwas geteilt. Ja, es ist, sie haben jetzt Drogensuch-Ponys, die sie ausbilden und haben gleich in die Hashtags geschrieben. Hashtag April-April. Oh, hätten sie mal... Mega lustig. Ja, wir haben uns jetzt ja auch... Ich war jetzt 14 Tage auf der Hallig-Langeness und wir haben uns ja dann vermutlich 14, 15 Tage, 16 nicht gesehen. Wahnsinn! Wahnsinn! Ich habe mich ein bisschen verbrannt. Ich wollte gerade sagen, du hast ein bisschen Farben bekommen. Ja, also wir waren echt immer böse eingemummelt bis zum Gesicht. Der hat gerade das Lachsoberteil aus Folge 14 an. Ja, genau, was mir der Klaus immer geschenkt hat. Live on air. Und eine ähnliche Farbe. Das war noch richtig rot. Also ich würde sagen, eher wie in meiner Rettungsweste so rot, das Gesicht. Weil, also, ja, es war dann gefühlte, ich glaube, Minusgrade schon, irgendwie ein oder zwei Grad. Und dann war es halt immer total eingepackt, auch mit dicken Fäustlingen. Und sind dann die ganze Zeit am Meer, beziehungsweise, wenn Ebbe war, halt Ebbe da langgelaufen und haben Bernsteine gesucht oder einfach nur so die Weite genossen. Und dann habe ich dann so nach einer Woche gemerkt, aua, aua, sieht denn da so. Ja, und das Geile ist ja... Schöner Gefrierbrand. Genau, ich habe ja dann halt auch so einen Sonnenbrand im Gesicht. Oberhalb, also die Stirn war halt dann immer mit Mütze bedeckt. Dann ist der Bart, somit habe ich hier schwarz-rot-weiß. Die gute Skifahrerbräune. Ja, genau. Gut, oder wie die AfD sich bräunen würde, schwarz-weiß-rot. Ja. Ich hätte mir jetzt eigentlich noch diese großen Skibrillen aufsetzen müssen, dann hätte ich wahrscheinlich gar nichts gehabt. Aber sonst, ich weiß nicht. Hast du ja mitgekriegt, ich habe ein paar gefunden. Ein paar Bernsteine habe ich gefunden. Ja. Also da war ich ja echt schon, also ich habe zum Schluss nochmal ein paar Splitter gefunden. Folgt Dirk auf Instagram, at Bernstein-Lover-Official. Ich wurde dort der Bernstein-Bär genannt. Da kommt passender Stöhn dazu. Ja, und dann hatte ich eine sehr, sehr spannende Rückreise, weil man denkt ja immer von wegen, ja gut, das kann ja, also, passiert ja nicht irgendwie. Und wir mussten halt mit der Fähre zurückfahren, also wir mussten, sondern da kommst du ja nicht anders hin, ist ja eine Halle. Und dann auf der Fahrt zurück schon waren wir unten im Bauch des Schiffes, im Restaurantbereich, sag ich jetzt mal. Also es ist eigentlich eher wie so eine Tanke-Gastronomie, so heiße Hexe und ähnliche Gerichte. Nice. Ja, heiße Hexe. Naja, das gab es in den 90ern an der Tanke immer. Das war doch irgendwie so eine heiße Tasche mit, weiß nicht, Käse und Wurst oder irgend so was. Ach, ja, echt. Also irgendwie so Fälligdinger, die man halt in den Mittelpunkt hat. Ich hatte aber einen Flammkuchen, aber der war auch nicht schlecht. Und eine tote Tante, das ist dieses Getränk im Norden, was man kennt, das ist Kakao mit Rum und Sahne. Zum Flammkuchen. Ja, nee, erst das und dann habe ich Bock auf Flammkuchen gehabt und dann war es halt tatsächlich dazu. Das war ein bisschen ungünstig. Normalerweise sind es halt vier CL Rum und das reicht dann auch und ist auch ganz lecker. Und da hat es sich auf dem Schiff echt angefühlt wie heißen Rum mit einem Schuss Kakao. Also ich hatte den weg und dachte so, fuck, ist das der Seegang oder die Hitze hier oder was ist da los? Na jedenfalls hast du dann irgendwann unten im Bauch dann gehört so, so ein paar Mal am Anfang. Und wir sind halt bei Niedrigwasser losgefahren. Das heißt, es ist dann halt normalerweise Ebberings rum, aber du hast ja die Fahrrinne. Und deswegen kannst du auch bei Niedrigwasser halt dann fahren. Und ein paar Mal sind wir dann schon am Anfang über Sandbänke oder Sand auf jeden Fall geschrappt. Und wir hatten dann schon Panik, weil das Riesenschiff, was ihr halt auch Fahrzeuge und sowas lädt, bremst dann ruckartig erstmal ab. Also so viel, so krass tauchst du dann, so rammst du dann auf. Und es hört sich halt echt an, als wenn der Bug aufreißt. Weil da sind ja nicht nur irgendwie feiner Sandstoffe. Beruhigend für Leute, die nicht oft auf dem Wasser sind. Genau. Und wir haben da halt nur diesen kleinen Smoothie gesehen, der da halt einmal durch die Küche gesprungen ist. Und die ganzen Tassen und Pfannen alle voll am Klingeln waren. Und er hielt sich dann irgendwo da an einer Mikrowelle fest. Wir dachten so, okay. Und waren so die einzigen unten und hatten da einen richtig nervösen Blick. Und dann saßen wir schon irgendwie fest. Dann rückwärts gedreht, hin und her. Und dann kamen wir wieder frei. Und dann war alles gut. Dann sind wir halt hochgefahren. Und jedenfalls war es so, gegen Ende. Zwei Stunden fährt man zwischendurch nochmal Halt an Hoge. Und dann Schlützil ist der Hafen, Festland. Und das war echt ein bisschen traurig, weil es waren so Luftlinie 500 Meter. Und du hast halt schon den Hafen gesehen. Aber du hast halt auch gesehen, die Fahrrinne ist ja enorm schmal geworden, weil halt einfach noch so viel Ebbe war. Also das Wasser kam halt nicht zurück, beziehungsweise so weit zurückgegangen. Und dann irgendwie hast du auch so eine Holzfeele, also einen schmalen Holzfeele, die da halt aus dem Wasserragen, die so ein bisschen die tiefste Stelle so markieren. Weil die Fahrräder an sich, die ist wohl nicht einfach so zu gebrochen, wenn du halt so ein schweres Schiff da hast. Und na jedenfalls wurde er halt total langsam und hat wie, wetten das, der Bagger, der da halt die Kronenkorken versucht aufzumachen, versucht dann diese schmale Gasse da zu finden. Und dann war es wie... Und dann sind da halt auch drauf so große LKWs oder sowas. Und die haben ja ordentliche Federung. Und die dann richtig einmal so rechts, links und jetzt. Und da war es halt, du hast du gesehen, dass der hat sich gedreht. Rechts, links, Halbkreis. Wir versuchen mal so raus. Und dann irgendwann... Ja, sie haben ja gerade mitgekriegt. Wir haben jetzt hier alles versucht, was wir machen können. Aber wir haben neben Niedrigwasser auch noch 50 Zentimeter unter normalen Null. Das heißt, uns fehlen da ein paar Zentimeter Wasser. Und das war dann irgendwie... Wir hätten ankommen sollen, 18 Uhr. Hatten dann eh schon... Nee, Quatsch, 17, 45. Wir hatten schon verspätet. Es war kurz nach 6. Und ja, wir müssen jetzt hier warten. Und zwar, ich schaue mal nach. Das Wasser kommt wieder so um 19.20 Uhr. Das heißt, wir werden dann genug Wasser haben, dass wir so um 20 Uhr dann ankommen. Also zwei Stunden, über zwei Stunden Verspätung. Und wir dachten dann, ja, okay, das heißt, der Zug, also der Bus ist dann eh weg. Aber der Regionalzug ist dann, die Regionalbahn ist weg. Und der ICE nach Berlin ist dann eh weg. Und dann ging der Kontrolleur, da wer das auch immer ist, rum und meinte, hat jemand hier Busfahrkarten? Musst jemand Bus fahren? Wissen Sie, ja. Ja, das wird nix. Wir dachten, ja, gut. Ja, kann jemand die beiden hier mitnehmen nach Brezsted? Und dann, ja, kann ich machen. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja total nett. Und dann haben wir mit denen gequatscht. Und dann kam halt raus, dass es so ein hiesiger Arzt ist, der gerade Urlaubsvertretung gemacht hat für einen Kollegen, der alle 14 Tage auf Hoge ist. Und er meinte, das ist total lustig, weil du bist da wie in den 50er, 60er Jahren Zeit zurück. Du hast halt nur alte Patienten, die so, meinte er, maximal so Bluthochdruck, aber eigentlich wollen die nur ein bisschen schnacken. Also das ist halt einfach tote Hose. Und wir wollen wissen, wie es halt in der realen Welt ist, weil da verändert sich halt nix. Erzählen Sie mir von diesem Internet. Genau. Da passieren dann so Sachen wie, mein Fernseher ist kaputt, weil, keine Ahnung, jemand auf Aux gedrückt hat den Knopf. Und da hat nix angeschlossen. Und dann, oh mein Gott, Dietmar, der Fernseher muss eingeschickt werden. Und dann, nee, schalt doch mal wieder auf eins. Das sind halt so die Probleme. Und er meinte, der Fernseher ist ganz lustig und dann haben wir geschaut, dass wir nichts finden. Und dann meinte er, ich kann euch ja mitnehmen. Und er hat irgendwie eine Nachbarin, die hat halt irgendwie Ferienwohnung oder sowas. Er hat seine Frau angerufen, weil wir dachten, wir müssen jetzt ja übernachten, weil wir kommen halt nicht weg da. Also wir hätten dann nach Altona, das hätten wir geschafft, hätten dann aber 5,5 Stunden in Altona verbringen müssen, bis die CE da weiterfährt. Und die Hotels spontan in Altona waren jetzt auch nicht so geil günstig. Ja, klingt auch nicht so reizvoll, das, was gerade noch frei ist in Altona, da unterzukommen. Naja, wir hatten auch für Hinfahrt ein Hotel in Altona, was halt okay war und günstig, weil wir früh genug gebucht hatten. Ja, eben, früh genug gebucht. Naja, und seine Nachbarin hatte natürlich Handwerker spontan, deswegen war das ausgebucht. Wir sind halt durch... Du hörst die Handwerker! Wir sind dann nach Bredstedt gefahren, 1000 Einwohner, er hat die ganze Zeit die halbe Geschichte auf dem Weg dahin erzählt, in seinem dicken BMW SUV natürlich als Arzt, hat man sowas. Ja. Und er hat erzählt, dass er 1980 hingekommen ist als Arzt und hat 1980 7.500 D-Mark verdient. Er meinte aber, die Hälfte ging schon für die Miete, für die Praxis und die Wohnungen auf. Ja. Das war dann schon echt bitter. 1980 7.500, die Hälfte ist weg, das klingt trotzdem nach einem guten Leben. So drei Sieben? Es ist halt so... Das waren viele D-Mark. Ja, ich habe auch gedacht, das ist nicht schlecht. Also wenn du überlegst, was damals halt eine Wohnung oder ein Haus gekostet hat, das war alles so... Ich erinnere mich auch so, oh, das Haus hier, 100.000 Mark, das kann sich kein Mensch leisten. Ja, genau. Da musst du drei Jahre für arbeiten. Und dann waren wir halt bei so einem Hotel, das hieß Café Frieda und das Ding war natürlich auch geschlossen und dann gab es halt eine Nummer, da ist keiner rangegangen. Und dann hatte ich halt irgendwie bei mickrigen Empfang halt irgendwas gesucht im Nebenort. Und meinte, das ist aber scheußlich und das Hotel gibt es gar nicht mehr. Und dachte ich, ja, warum steht das im Netz? So haben wir losgefahren und dann hat er halt gemerkt, dass irgendwie noch eine andere Nachbarin ja Ferienhaus hat. Und dann war es schon halb neun, hat er bei der geklingelt. Und dann hat die liebe Frau uns dann halt für eine Nacht dagelassen. Sie meinte eigentlich, ab vier Nächte, sonst luste ich das nicht. Aber das war halt dann ganz cool. Und dann haben wir da gepennt, dann heute Morgen zurück und das war so die Rückfahrt, die abenteuerliche. Deswegen bist du fertig? Ja, ja, verständlich. Ja. Was hat Klaus in der Zeit so getrieben? Jetzt die letzten 14 Tage. Konsequent weitergeklettert. Jetzt, wo ich mich wieder komplett bewegen kann mit Hals und Nacken. Ah, stimmt. Nee, ich war gestern mit meinen Nachbarn klettern, abends in der Halle. Und tatsächlich gute, so die Leistungskurve schließt wieder oben an. Wup, wup. Wie war dein Pornodreh für Durex? Oh, stimmt, habe ich auch nicht. Natürlich auch Fromms. Der müsste, ja genau, andere Alternativen sind verfügbar. Ziegenhäute. Ja. Waren das die ersten Kondome? Ja. Ich glaube ja. Ja, ja, ja. Oder Schafdarm oder so. Wir schauen gleich mal bei dir in deinem Apothekertäschchen. Aber, ja, gut, war gut, war wirklich. Du möchtest nicht weiter drüber reden? Nee, nein, es war. Es war doch wie so Mini-Werbespots oder Mini-Geschichten für als Werbespot. Genau, es ist eine Branded Content. Also eine Webserie, die dann auf RTL Now irgendwie auch laufen soll. Also da verfügbar auf der Internetseite. Genau, genau, genau. Wahrscheinlich auch auf YouTube und Socials und so. Also ich gehe jetzt mal davon aus, das ist ein bisschen breiter streuend, aber RTL Now steckt irgendwie auch dahinter. Aber du hast ja wirklich in dem Verhältnis Geld gekriegt, was man ja sonst bei diesen Formaten immer wenig findet. Ja, also das ist, die habe ich gesagt, wie viel es ist, ne? Ja, ja. Also das ist für Online-Werbung absolut angemessen. Ja, nee, das meine ich, weil du jetzt auch gerne so. Ja, genau, das ist auch wie ein Online-Werbespot. Wir drehen den ganzen Tag, dann Verwertung auf Lebenszeit in einem Meter, was heißt der für 500 Euro? Nee, und das war zwei Jahre online deutschsprachiger Raum. Ja, siehst du, das ist ja auch geil. Also, genau, und online, also nicht Fernsehen. Und halt wirklich auch kurzer Dreh, also wirklich schön, professionell, knackig organisiert. Was war deine Story? Meine Story war Sex unter der Dusche. Hä, du hast doch gesagt, das war das Schlimme, was jemand anderes drehen musste. Nein, nein, das, was jemand anders drehen musste, war, der war die unglückliche Seele, der die Durex, also jeder hat eine Durex-Marke, einer hatte Ultra-Gefühlsecht, unter der Dusche, das war extra feucht, und einer hatte das unheimliche Glück für die Slim-Fit-Variante. Very Slim. Ja. Gibt's aber auch. Gibt's auch, ja. Also, beim durchschnittlich erigierten deutschen Penis von 14 Zentimeter, muss ja auch mal eine Erektion bei 8 Zentimeter. Und da brauchst du dann vielleicht schon mal den Schlimm-Fit. So, wenn der verlängerte Daumen dann, die Tüte ist ja blöd, wenn das wegrutscht. Ja, ja, ja. Wobei ich, also, ich hatte mal gehört, die XXL passen wohl auch bei normaler Größe, um halt sicher zu gehen, dass, wer sich da grob überschätzt. Ich wollte gerade sagen, weil so viele sich bestimmt die Dinger holen, ja, genau, trotzdem geschützten, geschützten Sex haben kann. Oder die nackte Kanone, Ganzkörper-Kondome. Ja. Die waren wahrscheinlich auch ganz 40 Sekunden und dann wirst du schwarz vor Augen. Ja, naja, aber auf jeden Fall hatten wir Sex unter der Dusche und das setzt dann immer direkt nach dem Sex an. Nein, nein, beim Dreh wollte ich jetzt, wenn es nie so war. Ja, und dann, meine Figur war so ein Film-Nerd und dann haben wir die ganze Zeit unsere... Nein, du musst dich total verstellen. Ja, eben, in Film-Zitaten unterhalten. Pff, bizarr. Was ist das? Das ist blaues Licht. Was macht das? Es leuchtet blau. Ja. Der dritte Teil. Das war eins zu eins auch drin. Ja, sehr geil. Ich hoffe, er hatte auch ein blaues Kondom in der Hand. Nee, ich hatte so ein blaues Knicklicht. Oder sie hat den... Den ist so zugedrückt. Bisher blau läuft euch nice. Ja, nein, das war so die Story. Aber deine Geschichte war... Es sollte jetzt auch bald online sein. Ihr hattet Sex unter der Dusche und habt euch dabei unterhalten. Danach. Die Serie heißt The Moment After. Ich hoffe, ihr hattet aber irgendwie nur nah. Oder habt ihr dann irgendwie mich glasmäßig auch einmal... Wir hatten nur nah. Also ich war mal ein bisschen weiter drin, aber... Damit sie halt die Brüste zeigen mussten. Genau, es ist ja fürs Internet... Beziehungsweise hattest du einen weiblichen Partner? Ja. Durex ist ja halt auch... Ja. Wäre ja blöd, wenn wir das mal sagen. Und es geht... Sie ist auch quasi der Hero aus der Serie und ist immer bei verschiedenen One-Night-Stands. Genau. So. Ach so, und der andere war jetzt nur peinlich berührt, weil er halt sich den Slim-Footer anlegt... Nein, er war nicht peinlich berührt davon, aber es ist natürlich der Undankbarste von den drei Sports. Ja, aber ich meine, keiner war irgendwie peinlich. Nee. Nein, aber das ist aus meiner... Also der Dreh, in dem ich war, das hätte halt leicht super peinlich und super awkward werden können. Weil die anderen waren halt eigentlich angezogen oder hattest halt ein T-Shirt drüber oder irgendwas. Ja. Und wir waren halt einfach... Ich war in Badehose da und sie im Bikini mit trägerlosem Oberteil. Okay. Und das, wenn du dann halt körperlich sehr nah bist beim Dreh, das kann halt super awkward werden. Beziehungsweise, wenn du dann plötzlich ein Hörnchen kriegst. Ja. Naja, also, ne, und auch wenn das Team unprofessionell ist und so und das... Können wir mehr kaltes Wasser haben? Danke. Nee, aber das war alles sehr amüsant, das war alles... Ja, man muss es irgendwie lustig finden. Beziehungsweise muss ich ja irgendwie so eine... Die Energie, die da kommt, die muss ja irgendwo hin. Ja. Und dann am besten in eine andere Richtung, als wenn du dann... Naja, also... Tiefen Schluck aus der Brandy-Tasse. Oder wolltest du mir zeigen, dass du gerade eine Ironman-Tasse hast, die du vorher noch nie hattest? Ach, ich habe ja schon ein bisschen länger. Ja, aber hier. Ja. Hier beim Frühstücks-Podcast. Frühstücksferde. Deswegen steht auch Konfitüre auf dem Tisch. Da gieße ich normalerweise in den Tee rein. Das war meine Erfahrung der letzten Wochen. Ja. Sonst habe ich immer ein bisschen weitergearbeitet. Geil ist, ich bin gerade zurückgegangen und unten hat mich unser DAL-Mensch angequatscht. Er hat mich gefragt, ob ich schon das Paket abgeholt habe. Ich dachte, hä, welches Paket? Ich habe letztens ein Paket gebracht, habe ich hier in einen Laden, wo es Illuminationsbedarf gibt, reingestellt. Und dann habe ich gesagt, hä, geh doch einfach hin, hol es hier ab. Ich bin heute erst wieder zurück. Achso, ja, nee, dann ist es doch da. Der Illuminaten-Laden. Genau. Bei mir wurde ein Paket von Amazon... Das fand ich halt so krass, weil er dich halt kennt und dann sofort sagt, hast du das Paket? Nee, dann geh da hin. Der hat auch schon mal Sachen, bei mir, weil er mich öfter im Café um die Ecke sieht, hat er auch schon Sachen da abgegeben. Ach, das ist ja geil. Ja, oder, also es ist halt super, super entspannt mit dem. Der Amazon-Bote hat bei mir jetzt irgendwas abgegeben, beim Nachbarn, ohne dass ich irgendwas im Briefkasten hatte oder dass ich einen Zettel drin hatte. Jetzt habe ich auf Amazon nachgesehen und das ist halt bei einem Nachbarn. Tja. Aber du hattest keinen Zettel? Nein. Aber ist beim Nachbarn? Ja. Ach so, bei Amazon steht drin, wo es ist. Ja, genau. Okay, dann... Wo ich mir auch sicher bin, dass es eigentlich auch in den Briefkasten gepasst hätte, weil es ein Comicbuch ist. Okay, hast du wieder eins von... Nee, die Serie ist ja abgelaufen. Ich meine aber von ihm. Killer Be Killed. Nee, auch nicht von Ed Brubaker, sondern es war eine andere Empfehlung. Aber von dem gleichen Podcast, der auch das empfohlen hat, der Comic heißt Sex Criminals. Wo es um ein Paar geht und immer wenn sie Sex haben, bleibt die Zeit stehen. Und sie nutzen das für Verbrechen. Oh mein Gott, das wäre ja bei uns... Ja. Ja. Für einen ganz langen April, Freunde. Nee, aber die lustige Prämisse, deswegen dachte ich, ich bestelle meinen ersten Band. Klingt schon geil. Ne? Also die Idee ist ja super. Ja, eben. Also dass quasi deren Superheldenkraft nur zusammen funktioniert quasi. Und halt auch, also es ist halt dann auch immer ein bisschen awkward, irgendwo irgendwas zu überfallen. Naja, also ich bin gespannt. Ist das vielleicht die Superkraft gewesen vom vierten oder fünften Captain Planet Kind? Ah, Liebe. Ja. Er macht ja gar nichts. Doch. Guck mal auf die Uhr. Was wollte ich sagen? Ich habe gelesen, Freunde. So viel wie im letzten Jahr nicht. Ich habe drei Bücher gelesen. Drei Seiten. Oh, ich habe, die haben natürlich da viel rumfliegen, so eine kleine Mini-Bibliothek. Ja, ja. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, so Krimi-Romale angefangen. Ah. Also erst hatte ich halt irgendwie so ein... Mord auf den Deich. Genau. Mord auf den Deich 2. Oh, ich habe so ein Ding, das hieß irgendwie böse Menschen. Und das war, der einzig böse Mensch war die Autorin, die Schriftstellerin des Ganzen. Das war so eine oberfließe... Aber das ist der Plot-Twist. Oh, es ging halt irgendwie darum... Böse Menschen, eine AfD-Abhandlung über Ausländer. Das auf Sylt halt irgendwie bei den alten Leuten wurde halt irgendwie immer eingebrochen und die Tür aufgehebelt und es wurde aber nichts geklaut, sodass du nach den ersten drei Seiten schon gedacht hast, der will ja immer nur Angst machen, um, keine Ahnung, die Leute da weg und Immobilienpreise... Und genau das war es, genau das war es. Und er wäre auch davon gekommen, wenn ihr jungen Bengel und euer dummer Hund nicht gewesen wärt. Nicht zu empfehlen. Natürlich ist sie immer noch gestorben, aber so lapidar, beiläufig, besoffen, irgendwie Treppe runtergefallen mit ein bisschen Schubsen und das... Also ich habe, glaube ich, 175 Seiten gelesen und da war noch keiner tot. Das klingt wie so ein Roman, den der Autor, wo der Autor für den Druck bezahlt hat. Ich glaube, das war sogar ein Bastai-Lübbel-Roman. Ich glaube, ich bin selber schuld, merke ich gerade. Aber das Krasse ist, Spiegel-Bestseller-Liste, bla bla bla. Also ich meine... Ja gut, das kauft ja keiner in der Bücher, ne? So mit drei verkauften Büchern bist du da schnell dabei. Alter, finde ich, nicht zu empfehlen. Ja. Das hat mich jetzt wieder schön Bücher entwöhnt. Endlich wieder Fernsehen. Ich habe gerade auf dem Klo, wie heißt er, Jamie Oliver? Ne, Quatsch. Tut es gut, die Information, dass du es auf dem Klo gesehen hast? John Oliver über Wrestling? Ja, genau, angefangen. Da ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen, Alter, dass so viele Junge oder so viele Wrestler früh sterben im Vergleich zu anderen extremen Sportarten. Hast du schon das Interview mit McMahon gesehen? Es gibt so ein Interview, wo der Journalist ihn fragt, was sagen sie dazu, dass so viele Athleten aus der WWE früh sterben? Was wollen sie? Wollen sie sagen, ich bin dafür verantwortlich? Oh yeah! Rastet aus und schlägt ihm das Papier aus der Hand. Das waren die Prämisse, warum sterben die halt alle? Weil die Anforderungen halt einfach so extrem hoch sind und weil die halt von den Ärzten fit gespritzt werden, mit Schmerzmitteln wieder fit gemacht. Viele sind halt süchtig nach Schmerzmitteln. Es gibt keine Altersvorsorge, weil die, obwohl die einen Exklusivvertrag haben, als Freelancer da angestellt sind. Krass. Und die haben aber einen Exklusivvertrag, also die könnten nicht mal für einen Anders wrestlen. Die sind teilweise 200 Nächte im Jahr unterwegs, sportlich. Und das ist halt einfach nicht zu vereinbaren mit den Anforderungen, die da sportlich an die gestellt werden. Da hat der Tim Wiese auf jeden Fall das Richtige gemacht. Ja, also du machst halt deinen Körper kaputt. Du bist halt ständig unter Leistungsdruck. Dafür, dass es Show ist, wie pervers. Du hast halt keine Pause, wie andere Athleten. Normalerweise hast du ja eine Sommer- und Winterpause in einer normalen organisierten Liga. Und auch Bodybuilder, und es ist ja viel Bodybuilding dabei, haben halt eine Off-Season und trainieren sich dann halt für die Wettkampf-Saison hoch. Und du merkst ja immer, die haben dann halt ein paar Kilo weniger, sind ein bisschen weniger in Form, halten halt so die körperliche Basis. Und dann halt für die Wettkampf-Saison gehen sie halt wieder auf ihren Trainingsstand zurück. Und die müssen halt das ganze Jahr über in dem Zustand bleiben. Und dann gibt es halt keine Altersvorsorge oder so. Oder es gibt keinen Altersplan. Du bist halt einfach dabei. Du musst halt irgendwie übelst Millionen scheffeln. Was du normalerweise nicht machst da als Wrestler. Außer du bist halt The Rock oder John Cena oder sowas. Aber wenn du überlegst, dass Ric Flair so ewig drin war und dann jetzt seine Tochter drin ist, also dass der nicht sagt, mach das nicht. Aber also eine gute Folge von John Oliver. Auch für uns alte Wrestling-Hasen natürlich. Ja, krass, ey. Hast du eine Frage? Ja, ich habe eine Frage. Pass auf. Ich möchte die Frage mit einer Quizfrage beginnen. Ding, 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 ding. Was außer unseren Witzen scheitert in 80 bis 90 Prozent aller Fälle? Das ist bestimmt ziemlich viel, oder? Karrieren, die, nee. Karrieren in der Porno-Industrie. Wrestling, Karrieren. Das ist ja auch diese Schule, ne? Das ist ein Lieblingsthema von uns, weil wir sie lieben, diese Art von Unternehmen. Es sind Startups. Was sind die schlimmsten Startup-Ideen der Welt? Und ich habe mal eine Liste mit richtig weirden Schlimmen. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du hast recherchiert, weil ich wüsste jetzt nicht, was da dumm Scheiß gibt. Weil, haben wir da schon on air drüber geredet? Über E-Scoo, ja, über die Tretroller. Und das ist ja das neue Startup-Ding. Wo ist das denn in Holland oder was, wo sich die alle immer die Beine brechen? Weil die halt einfach mit dieser kleinen, weil du halt einfach so eine kleine, so eine unheimlich schnelle Lenkbewegung hast. Du hast ja nicht diesen Winkel wie beim Fahrrad oder Motorrad. Wie gesagt, du müsstest ja hier auf der Straße fahren damit. Oh, und das kommt ja durch. Bayern will auch anfangen damit, oder nicht? Also auf dem Radweg oder auf der Straße, ja. Genau, und das ist halt ein absoluter, also auch wieder so ein absoluter Quatsch. Der Wöder. Du weißt ja schon bei den Live-Fahrrädern, das ist ja eigentlich kein rentables Modell. Ja. Und widerspricht auch eigentlich den Gedanken, also ursprünglich war es ja mal, ein Startup bist du nur dann, wenn du skalierbar bist. Also wenn du mit einem Team von fünf Leuten dein Unternehmen beliebig aufskalieren kannst, wie zum Beispiel Instagram oder Facebook. Die brauchen ja nur 20, 30 Leute, weil die haben keinen persönlichen Kundenservice und alles läuft automatisch ab. Deswegen, die haben halt kleine Teams und das können das technisch aufstocken. Das kannst du ja mit jeder App machen. Also jede, du hast eine App, programmierst die und wirfst die raus an die Leute. Ja, ja. Genau, aber das kannst du halt nicht mit Tretrollern oder Live-Fahrrädern machen, weil du erstens mehr Jobs brauchst für die Infrastruktur, zweitens brauchst du mehr tatsächlich technische Produkte. Und das ist halt mit Live-Fahrrädern kaum rentabel, die kosten halt ungefähr 50 Euro eine Herstellung. Gerade eben gesehen, wie so ein Techniker auf der Straße auch so ein Emmy-Roller die ganzen Akkus rausgerissen hat. Und da habe ich gedacht, na klar, jetzt ist die Saison wieder, die Leute müssen permanent rumfahren, ihr stockt euer Dings auf, ihr braucht mehr Techniker, die rumfahren, ansonsten bleiben die alle liegen. Es gibt so ein schwedisches Unternehmen, die das machen, da kannst du dir Geld verdienen, wenn du rumfährst. Du hast ja auf deiner App gesagt, wo der Akku leer ist und gehst dann rum und nimmst den Akku mit zu dir nach Hause und lädst ihn da. Ist eigentlich blöd. Eigentlich nicht, aber es ist natürlich auch absolut undankbar, weil du weißt halt genau, das machen dann Leute als Nebenjob. Das ist ja alles, ne? Traurigerweise. Es ist nicht so, dass du irgendwie denkst, naja, ich habe jetzt hier einen auf meinem Weg, den nehme ich jetzt mal schnell mit, sondern du bist dann, oh Gott, ich muss hier irgendwo einen in der Gegend noch finden, der ist drei Kilometer entfernt, der springt dich schnell hin. Das ist so ein bisschen wie, fing das an bei Car2Go oder sowas, wenn es heißt, wenn du jetzt einfach, musst du nicht, aber wenn du jetzt einfach mal volltankst, dann kriegst du 30 Minuten umsonst. Ja, genau. Und da so Leute von wegen, ja, ich habe halt die Dings und ich fahre immer tanken, ich fahre immer Umwege, ich fahre immer alles umsonst und denkst, okay, dann ist aber für dich keine Zeitersparnis mehr. Das fällt total weg erstmal, wenn du sagst, ich muss auf jeden Fall damit tanken. Ich glaube, die ganzen Studenten haben das dann gemacht, weil die gesagt haben, ey geil, ich kann immer hinfahren, dauert ein bisschen länger. Ich nehme alle mit, dauert ein bisschen länger, aber ich tanke halt. Dann kommst du halt so in eine total prekäre Lage und also diese E-Scooter, ich habe es noch geschaut, der Verkaufspreis im Einzelhandel ist 400 Euro für so ein Teil, was die haben. Aber da gibt es doch viel, viel schönere, also so richtige E-Scooter schon, die halt als ganz normale, so wie Brownie halt auch, das, so Retro-Modelle und die fahren dann 150 Kilometer und also du denkst, da kannst du auf der Straße noch. Ja, und halt echtes Scooter und nicht diese Tretroller. Ja, genau, bloß auf E-Modelle. Naja, das sind irgendwelche Segway-Modelle, also vielleicht, wahrscheinlich kriegen die die halt günstiger. Auf der Straße sind halt auch die letzten Sachen. Also das, also wir haben mittlerweile so viel Scheiße, so Kleinscheiße, die total gefährliche Großstädten sind, was halt, also ich würde sagen, wenn du halt echt verkehrsberuhigte Zonen hast, wo, aber das ist doch nur gefährlich. Ach, ja, und halt, also gesagt dann zu sagen, ja, nee, wir wollen die Mobilität neu erfinden, nee, ihr gebt den Leuten halt so ein dummes Spielzeug in die Hand. Was auch, also gesagt, ich kann mir halt beim besten Willen nicht vorstellen, dass das rentabel ist. Wenn das bei diesen ganzen Fahrradunternehmen schon nicht rentabel ist und auch da, also das zu den Preisen und in der Auslastung ist das halt einfach nicht rentabel, wenn du gleichzeitig einen Service unterhalten musst, der da rumfährt und die Dinge austauscht und dann im Winter machst du null Gewinn damit, weil im Winter halt keiner dieser Leihfahrräder benutzt. Also, naja, ich meine, das Prinzip des Startups, dass du dann erstmal die Gelder erstmal einkassierst, verschießt das zwei Jahre und dann gehst du weg zum nächsten. Also, viele, einfach die dann sagen, also, wenn man mal so Artikel aus der Startups hinliest, ja, es sind zu viele bürokratische Hürden, nee, eure Ideen sind einfach scheiße. Ihr habt Ideen, die im Leben nie Geld machen und wollt das als Geschäftsmodell verkaufen, das ist kein Geschäft. Also, ihr habt einfach nur irgendeinen Quatsch und habt damit ein Verlustgeschäft und keine Einnahmen und sagt dann, nee, wir sind ein Star und wir wollen die Welt revolutionieren. Also, geil ist ja, oft sind es ganz krasse Nischenprodukte, die sie massentauglich machen wollen, wo du relativ schnell merkst, interessiert aber keinen. Ja. Also, ich meine, zum Beispiel, du hast ja auch irgendwie diese dusseligen Handschuhe gekauft, also diese Fingerhandschuhe. Genau, ich aber nur, weil die bei Amazon empfohlen waren, also ich hatte den Spot nie gesehen. Genau, und ich habe den ja gesehen und ich meine, natürlich gibt es da tausende Firmen und sowas, aber das war halt dann so irgendwie ein Startup-Unternehmen, die gesagt hat, von wegen, wir haben besondere Mikrofasern da reingefummelt. Wind, Wasser, komplett abweisend, ist mega heiß, du kannst halt dein Handy, Touchscreening mitmachen und so ein Zeug. Du denkst auch, wenn es draußen so arschkalt ist, aber du trotzdem stehst und den ganzen Tag am Handy rumfummelt, ist der Rest des Körpers ja auch nicht viel wärmer irgendwann so. Das sind welche, wenn ihr die mal seht, mit Reißverschluss, die haben so ein achteckiges Stopp-Zeichen drauf, wo Windstop draufsteht. Furchtbare Qualität, also wirklich ganz billige Handschuhe aus China, die super schnell kaputt gehen. Also ich habe bei Instagram die Dings gesehen und dann die Seite mir angeguckt und alle super und dann habe ich die Produkte halt, also genau das, als auch dann die Vergleichsprodukte halt auf Amazon, alle Mörderscheiß-Kommentare, Quatsch. Das sind halt, wenn ihr irgendwelche Winterhandschuhe beim Sport kaufen wollt, dann könnt ihr genauso gut welche bei Decathlon oder bei Lidl oder bei Aldi kaufen, wenn die da im Angebot sind. Die sind wahrscheinlich im Zweifelsfall noch besser. Ich habe jetzt für die Küste, habe ich mir extra, war im Angebot, das erste Mal, dass ich geholt habe, einfach Fäustlinge geholt. So richtige Skifäustlinge. Also komplette oder welche zum Abklappen? Nee, richtige komplette Fäustlinge, weil ich dachte, ich muss da nichts machen und wenn, dann fluppe ich halt raus mit der Hand und dann wieder schnell wieder rein, echt Wasser abweisen, Wind. Und das war halt, das war richtig gut. Also teilweise war es schon wärmer, dass du Jacke und sowas aufmachen konntest, aber trotzdem auf dem Fahrrad alleine sind diese Flossen so weggefroren. Und da habe ich gedacht, ich brauche keine Fünf-Finger-Handschuhe. Ja, ich bin ja hier, wenn ich auf dem Weg zur Fahrradhalle, äh, zur Kletterhalle bin, auf dem Ratten habe ich auch mal meine Fäustlinge an. Ja. Über den Fingern, weil es einfach, ich habe halt gerne Wärme. Weil genau damit haben sie ja geworben. Das fand ich auch so geil in der Werbung, dass sie geworben haben, dass halt so ein, keine Ahnung, ich glaube es war irgend so ein Verkehr, so ein Boot, ein Fahrradboot, der da rumgefahren ist. Und dann halt mit seinen Fingern halt immer geguckt hat, wo muss ich hin, dann bremsen, zack, Unterschrift und halt nie die Handschuhe ausgezogen. Die sind, die sind beim Joggen halten die schon neben dem Gegenwind nicht stand. Also die sind, ich habe, ähm, ungelogen irgendwie so, ich glaube so, ach, 15 bis 20 Jahre alte Handschuhe, die mal von Aldi waren, halt so Wintersport-Handschuhe von Aldi. Ja. Die sind besser als die. Und halten auch, die sind auch noch intakt und die sind halt nach einer Saison kaputt gegangen. Sagen, ich habe jetzt keinen großen Shinto da mitgetrieben, wir waren halt mal irgendwie an den Stangen oder so trainieren und das hat die schon aufgeribbelt an der Innenseite. Also wirklich absoluter Quatsch. Ja, aber die haben wahrscheinlich irgendein europäisches Startup gefunden, was für die diesen Dreh organisiert und locken halt damit. Also ich meine, im Video sieht das halt echt hochwertig aus, aber wie gesagt, ich hatte die halt vorher schon, ich hatte das Video dann auch gesehen, wir hatten das, glaube ich, unabhängig voneinander empfohlen bekommen. Ich meine, ist ja nicht schwer, wenn du halt siehst, dass Leute irgendwelche Sportsachen mögen. Was hältst du denn von dieser Komplettnahrung? Das ist ja seit ein paar Jahren auch total gehypt worden, was halt auch Startups sind und ich glaube Mana und irgendwie Fuhl, bla 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 oder was, was ich dir auch mal geschickt habe. Da gibt es halt so zwei, die ziemlich den Markt hier in Deutschland reißen und ich finde das Prinzip ja total spannend, dass du halt… Ich ja auch, weil ich Essen hasse. Weil grundlegend gibt es immer Momente, also ich habe gedacht, wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist oder am Set und weißt ganz genau, hier gibt es Müll. Das Gute ist ja bei diesen Komplettfoods, die basieren dann halt echt auf höchsten biologischen Standards und du hast halt alle Vitamine und Mineralien und sowas in höchster Qualität vorhanden, bevor du dir halt dann irgendwie nachts im Dreh dann halt irgendwie so ein weißes Nutella-Brötchen reindrückst und denkst, ja geil, da ist irgendwas. Und dann sagst du, okay, das schmeckt vielleicht jetzt nicht so mördergeil, aber du hast halt echt alles, was du brauchst und das vielleicht ein bisschen besser auch, um dann durch die Nacht zu kommen oder so. Das Krasse ist ja, ich glaube bei Mana ist, dass der Chef des Ganzen, wahrscheinlich auch in Berlin, der mittlerweile gar nicht mehr isst, beziehungsweise er hat gesagt, er hat das so zurückgefahren, dass er so einmal im Monat richtig gut essen geht, weil er erstmal viel mehr Kohle hat. Also das ist natürlich nachweislich total günstig, wenn du jeden Tag dir nur Shakes reinpumpst. Es wird natürlich gefährlich, wenn du nur das machst, weil dann halt einfach die Kiefermuskulatur ein bisschen schissert. Da hätte ich, aber ich meine, bei aller Verachtung für feste Nahrung, da hätte ich nicht mal ich Bock drauf, mir nur noch so Shakes ins Gesicht zu drücken. Ja. Und das Geile dann mit Argumenten, wo dann heißt so an wegen, ja, und was du an Zeitspaß und sowas, ja, zu Hause. Und an Lebensqualität, was du an Lebensqualität sparst. Das Geile ist ja eh, also das ist eh, damit wirbt ja bestimmt jedes zweite Startup oder jedes zweite Produkt, Zeit sparen. Also was du mit dem Handy an Zeit, aber du hast ja nicht mehr Zeit, weil du halt mehr Scheiße dann machst, weil du halt dann irgendwie, keine Ahnung, gerade auf dem Weg sonst wohin bist, machst eine Banküberweisung, schreibst einen Chef, bla bla bla, aber du sparst ja nicht mehr Zeit, weil du kannst natürlich dann noch mehr Scheiße machen. Ist ja nicht, dass jemand zu Hause sagt von den, 15 Minuten schwer plus, ich schau mal, wie mein Penis baumelt, das macht ja keiner. Also, was denn? Das hat er vermisst, ne? Die alten Penisanspiele. Aber sag mal, du hast gesagt, du hast herausgesucht, erzähl mal ein paar dumme, unnütze Startups. Also, da sind ein paar, ich habe nochmal reingeschaut in die Liste, weil ich dachte, ich will auch ein paar mit frischen Augen sehen. Das erste ist Juicero oder Juicero. Oh, lass mich raten, irgendwas Saftiges, Juice? Ja, es ist ein Entsafter. Ah, komm ich da in Dortmund. Mehr oder weniger. Einmal Kohlrabi-Saft zum Mitnehmen. Sieht aus wie so ein Hightech-Router. Also, ich kann ja mal hier das Bild drüber halten. Nee, das sieht aus wie eine Toilette. Von Ferne sieht das aus wie eine moderne Toilette. Toilette! Aber eine besondere, die so einen Roboter hat, der immer sagt, danke, Entleerung abgeschlossen. Der sieht ein bisschen aus wie dieser ganz depressive Roboter bei... Ja. Naja, auf jeden Fall kannst du diesen Entsafter kaufen und dann bekommst du fertige Tüten zugeschickt mit... Schon entsaftetem Gemüse. ...gefrorenem Obst. Wie die Smoothie-Tüten. Jetzt, dass du die Scheiße auch noch entsaften sollst. Ja, die bekommst du im Abo-Modell zugeschickt. Der Entsafter selbst kostet 400 Dollar oder kostete 400 Dollar. Und irgendwie Reporter meinten, der hat ungefähr die Wirkung, als ob du die Tüte mit der Hand zerdrückst. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Entsafter gibt es auch schon seit den 70ern oder 60ern. Und jetzt ist das einzig Geile, dass du zu dem Entsafter halt gefrorene Scheiße dazu kriegst. Und das ist ein Start-up und die kriegen Gelder oder was? Und der Entsafter funktioniert, die sind ruiniert inzwischen. Nee, ich meine, aber die haben erstmal... Ja, ja, ja. Also der Entsafter funktioniert halt nicht mal. Das ist halt einfach nur irgendein Ding, was du hinstellst und das entsaftet nicht mal richtig. Und der Chef ist jetzt bei Foodora oder was? Meist ist ja so, dass die zwar die Firmenpleite gehen, aber die Leute einfach weiter wandern. Also ich meine halt das Hartmut Maydorn-Prinzip. Ja, ja, genau. Einfach nur oft genug, prominent genug irgendwo versagen und dann wirst du halt schon... Ja, aber du sagst ja nur noch die Marken, die du vertreten hast. Du sagst ja nicht, dass du alles in die Scheiße gerieben hast. Pass auf, es geht weiter. Aber Entsafter, ey. Wann haben die sich denn gegründet? Oder wie alt ist denn das Ganze? Das steht hier nicht, aber... Das werde ich mal nachschauen. Juicero. Also die Idee... Also wenn der so 2000... 2017, also heißt 2006, 2015 sagt jemand, weißt du was, wir machen einen Softer. Ja, aber gibt's schon. Nee, wir bieten auch mit Tütchen an. Ja, hör mir auf, machen wir. Du kannst ihn auch als WLAN-Modell kaufen. Der hat am Anfang nicht 400, sondern 700 Dollar gekostet. Ich hätte so einen gemacht mit Sprachsteuerung und du musstest exakt den Ton machen. Ansonsten funktioniert er nicht. Innen sieht er gefährlich nach einer Variante des Flashlights aus. Oh, okay. War Sektomie gratis, oder was? Es fehlt noch die Beschneide. Entsafter, ey. Das ist echt... Lass uns Einkaufskörbe entwickeln, die so aussehen wie die Einkaufskörbe im Frühjahr, aber aus alten Knochen sind oder so. Kennst du folgendes Problem? Du bist in den USA und dir fehlen die Quarter, also die 25-Cent-Stücke, die du für so viele Sachen brauchst, wie einen Einkaufswagen oder... Münztelefon. Ja, Münztelefon oder für eine Waschmaschine, Münzwaschmaschine, Maut. Dieses Problem löst Washboard, ein Unternehmen, das dir jeden Monat, da sind auch Pleite inzwischen, für 20 Dollar, also 80 Quarter zugeschickt hat, jeden Monat. Was meinst du, wie viel du als Endverbraucher dafür zahlen musst, für 20 Dollar an Kleingeld? Ich hoffe, 20 Dollar plus Versandgebühr. 27 Dollar. Da machen sie plus. Die haben zumindest, muss man ihnen zugutehalten, haben sich ein Modell überlegt, wie sie Geld machen. Also, ja, naja. Well. Soll ich für sie mal ihren Einkaufswagen zurückbringen? Das kostet sie nur 1,10. Alter Finne, ey. Sag mal, wie viel Geld, aber du hast nicht herausfinden können, was die am Anfang so als Startfinanzierung bekommen haben. Sind das eigentlich alle grundlegend Startups? Also, Juicero hat 120 Millionen Dollar bekommen. Sind das eigentlich, also wenn Startup gelistet ist, bedeutet das, dass die immer anteilig halt vom Bund auch Kohle kriegen? Oder ist das nicht... Also, ich meine, das sind so internationale, aber nee, das bedeutet auch nicht zwangsläufig, dass sie vom Bund Geld bekommen, aber ich glaube, es sind relativ viele dabei, die einfach so Gründerförderung und so was bekommen. Das meine ich, ja. So Existenzgründerförderung, die ja oft nicht besonders hoch ist, aber wenn du im Team bist, dann summiert sich das halt. Aber auch das, da ist jeder Cent einer zu viel. Ich meine aber, dass die die Kohle irgendwo her zusammengepimmelt haben. Ja. Das ist schon geil. Also, allein die Geldgeber verdienen, dass das Ding nach hinten losgeht. Oh. Was ist denn jetzt los? Ich habe einen Anruf aus Frankreich, aber ich... Geh doch mal ran, live. Ja, ich... War das wieder eins von diesen Phishing-Anrufen? Nee, ich glaube, ich weiß, wer das ist, aber... Jean-Claude Van Damme. Nee, ich frage, ich vermute, das ist... Französische Polizei? Hm? Französische Polizei. Das ist auch eine Option, aber ich weiß nicht, ob sie so eine lange Nummer haben. Aber ich hätte mal auf Sarah oder Ben getippt. Sarah war doch schwer. Und vermutlich ist das Kind jetzt geworden. Das wäre jetzt mein Tipp gewesen. Spannende Geschichte. In diesem Sinne zeige ich dir mal ein Bild von diesem jungen Herrn. Was hat der denn da am Gesicht? Ha! Was ist denn jetzt hier los? Jetzt ist aber wirklich... Also, ich mache mal ganz kurz Pause. Die Post ist da. Bis wo... Äh, äh, à droite, à gauche, äh, je ne sais pas. Und damit herzliche Willkommen zu... Es hat doch keiner gemerkt, dass du eine Pause gemacht hast! Äh, pure Nüsse. Ähm... Ja, äh, wir hatten gerade davor über den digitalen Maulkorb geredet. Nein, du hast nicht gesagt, was es ist. Ich habe gefragt, was es ist und dann... Haschme! Ist das jetzt quasi, äh, Fernsehen zum Schmecken? Zu Elektroden an der Zunge und dann... Ah, oh Gott, ich glaube... Nein, du setzt dir das vor dein Gesicht, wenn du einen Anruf entgegennehmen möchtest und nicht willst, dass andere mithören. Ah, ha, 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 clever! Was, was du da so für Blödsinn erzählst. Also quasi, äh, wenn du, äh, in deiner Freizeit Telefonsex anbietest, kannst du das einfach um deinen, äh, Mund tragen und schon, äh, kann keiner mithören. Und die sind schon wieder pleite? Haschme! Ich weiß gar nicht, ob die pleite sind. Weil dann könnten wir eine Kooperation mit denen einbauen, nämlich wir erweitern das Produkt mit Schuhen. Wir sagen, es klingelt, ihr wollt nicht, dass jemand mithört? Geht doch weg, ihr Affen! Also es ist auf jeden Fall, die haben ihr Kickstarter-Goal erfüllt. Alter, ey! Das heißt, das Geld zu generieren, was sie halt in ihren Jahresplan reingeschrieben haben? Oder was ist das Kickstarter-Goal? Äh, nee, um das überhaupt zu bauen. Das erscheint mir auch, ehrlich gesagt, ein bisschen niedrig, das Kickstarter-Goal. Das sind nur 70.000 Dollar. Aber ich weiß nicht, ob du damit, äh, für 100, ab 129 bekommst du das, äh, bekommst du einen Teil? Die Frage ist ja, egal, was du dir für den Mund klemmst, was ist das, das Geräuschkulisse so dämmt und du dennoch nochmal sprechen kannst? Das heißt, Kieferbewegung. Und man kann ja irgendwie sich mal so eine Mickey-Maus, die echt sehr viel Lärm schluckt, äh, vor die Schnute halten und dann sagen, boah, 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 man wird was hören. Das ist nämlich blöd, weil du ja auch Ton durch die Nase abgibst, wenn ich es richtig gesehen habe, ist es nur der Mund, der da geschlossen ist. Ja. Wir erweitern das mit einem 500-Euro-Nasen-Clip. Und so merken sie gar nicht, dass sie gerade mit einem ganz bösen Menschen reden. Oder du, äh, was du für die Augen klemmst und keiner kann, äh, mehr bemerken, wo du hinguckst. Oder er sieht nicht, dass die anderen zuhören. Ja, da hätte ich dir jetzt, äh, die Brille, die er auch nach hinten sehen kann, empfohlen, wenn dir das nicht passiert. Das ist das, ich hab das Gefühl, so damals, Gimmicks, die in der Mickey-Maus oder im Yps-Heft sind, sind jetzt Startup-Unternehmen geworden. Ja, äh, passend dazu. Den Urzeitkrebs auf, ja. Das Headset für den Hund, damit du herausfinden kannst, was er denkt. Das war mal so eine Simpsons-Folge, glaube ich. Ähm, ja, well, ich weiß nicht, was, äh, was das bringen soll. Ähm. Woof, do I think. Ja. Ganz schön, ganz schön harte Nummer. Vielleicht könnten wir uns das mal um den Kopf klemmen. Und dann, äh, gucken wir mal unsere... Ich glaube, da kommt nicht viel mehr raus, als das, was man eh hört. Ah, wir sind drei geile Hunde. So, was haben wir? Ah, ja, wundervoll. Das ist auch, auch super Snow. Ach, du schaust sie jetzt gerade auch zum ersten Mal an. Ja, ja, genau, ich wollte auch, äh, Ship Snow, yo. Ja, ja, genau. Ist eine, äh, Firma, die, äh, Schnee tonnenweise durch die USA shippt. Und die hatten jetzt auch noch keine, keine Schneemaschine. Warte. Sie verkaufen jetzt auch Blätter. Was, was heißt Blätter? Blätter. Herbstblätter. Äh, und die, die werden bestimmt kryogenisch eingefroren, dass sie frisch bleiben. Ja, für nur 220 Dollar bekommst du ein Schneemann-Set, inklusive Schal, Mütze und wahrscheinlich Ja, halt mich doch am Fuß. 20 Pfund Schnee bekommst du schon für 200 Dollar. Und ab 400 Dollar bekommst du 50 Pfund Schnee. Wie funktioniert es? Sie packen es in Kühlboxen. Und die gibt's aber noch. Ja, wir haben schon über 15.000 Pfund, also imperialer Pfund, Schnee in 42 US-Staaten verschillt. Woher kommt der Schnee? Aus verschneiten Gebieten. Also es ist wirklich kein selbst hergestellter Schnee mit einer Schneemaschine, sondern die sagen Alpenschnee. Oh Gott. Alles hat Overnight Priority. Normalerweise aus Vermont. Selbstverständlich. Meine Güte, ey. Ja, ne? Ship Snow, yo. Kann ich nur empfehlen. Aber manchmal denkst du ja, uh, bisschen mehr Luft. Kein Problem, dann hol dir doch einfach Luft aus der Flasche. Zum Beispiel aus den Rocky Mountains. Das ist so ein Druckgasbehälter. Luft. Oh, jetzt mal ehrlich, ey, das ist so eine dumme Scheiße. Da kannst du auch, ist das nicht jetzt irgendwie, was die auch gerne mal so Leute machen, Sand aus Nicaragua oder, weiß nicht, Wurzeln aus Buxtehude oder sowas. Ja. Naja, ne? Also du kannst, ne? Die beste, die feinste Luft. Weißt du, was wir machen? Wir sollten Straßendreck. Berliner Straßendreck. Das heißt doch mal arm, aber sexy, dreckig, aber geil oder sowas. Und wir fegen einfach die Straße in so kleinen Tütchen, in so lustigerweise Tütchen, die Drogen normalerweise nur, also nur so ganz wenig, weiß nicht, fünf, zehn Gramm oder sowas und vertickern die online, alles aufgezogen wie so eine Drogenverhandelseite, Vertickerseite und machen dann halt immer so pro Beutel, weiß nicht, zehn, zwanzig Euro. Original Berliner Dreck. Den Scheiß übersehen, die sich alle aufregen, jeder kann es zu Hause haben. So Geschenke für Junggesellenabschiede oder für irgendwelche lustige Dietmar wird 40 oder sowas. Und dann kannst du halt dann hier, wie, das habe ich damals, war ja auch ein Startup-Unternehmen bei Shark Tank, das schaue ich mir ganz gerne an, so ein Typ, der halt eine Duftkerze für Männer entwickeln wollte und eine ganze Reihe. Und das war dann so Bierduft, Fleischduft, Grillware und er meinte, der Renner bei ihm war Furzduft. Und nicht, weil die Leute das halt regelmäßig kaufen, sondern immer als Gag kaufen. Und der wurde halt finanziert und der hat sich halt verdoppeln können und ging immer weiter und immer weiter. Weil das einfach diese bescheuerte Idee, wo ich auch gedacht habe, das müssen die doch patentieren, das müssen die doch schützen, weil sonst ist das doch verpufft. Sonst kannst du doch das so schnell, ganz schnell kopieren. Das ist die Frage, wenn die Mischung dein Betriebsgeheimnis ist. Das ist mehr ländlicher Schiss. Das ist original Bier-Schiss-Kerze. Uh, nice. Das ist Chili-Korn-Pfff. Ja, ey, das, wir müssen eine Kerze, wir müssen eine Duftkerzen-Reihe in Furzdüfte. Ach, ich wette, das gibt es schon. Naja. Dirk, wie wäre es mit einer App, die dir sagt, wie cool du bist? Das wäre cool. Die App, die dir immer die Nachricht gibt, I am rich, I deserve it, I am good, healthy and successful. I deserve it. Ja, deserve falsch geschrieben, möchte ich hier nochmal betonen. Auch in der App. Auch in der App. 2008 kam die in den App-Store. Die App heißt I am rich und sie kostet nur, willst du raten? 25 Dollar. 999 Dollar und 99 Cent, Dirk. Dafür kannst du diese exklusive App auf deinem Telefon haben und einem sagen, du bist nicht nur reich, sondern auch dumm. Also da hoffe ich ja, dass das Affen kaufen. Weil die, die es kaufen, verdienen auch, die verdienen das. Ja. Geil. Ich glaube, App ist eh so eine ganz geile Geschichte. Es gab doch irgendwie so Seiten, wo du deine Idee erzählst und die basteln dir das so, wie du es haben willst. Bei denen ich immer dachte, wie schützt du dann nochmal deine Idee? Weil da kann der eine oder andere Programmierer auch sagen, geile Sache. Du, ich schreibe da drei Sachen um, ist jetzt mal meins, würde ich sagen. Weil ich überlege, so viele Apps, das Prinzip, du hast ja so viel schon drüber geschrieben, bei irgendwelchen Spielen und so, ist ja scheißegal. Sollen alle freispielen. Wenn nur zwei, drei Prozent sich dann monatlich irgendwas kaufen, wird man Millionär. Also so. Und dann kannst du halt auch bei diesem Be Rich halt dann sagen, ey, ihr kriegt das alle umsonst. Aber für die extra, die richtig, richtig guten Menschen, die kriegen dann halt einfach das Ganze hinterlegt noch in Goldfarbe. Also ich habe hier eine gute Idee für dich, die ist nur so unter ferner Liefen gelistet, aber die ist eigentlich ganz gut. Diedinhouse.com Da kannst du herausfinden, ob in deiner Anschrift, ob unter deiner Anschrift jemand verstorben ist. Kannst dir einfach mal überlegen. Wenn mein Haus irgendwie Baujahr 1897 ist, dann würde ich mal sagen, ja. Es gibt ja aber auch, sagen, Meldungen, ob da registrierte Sexualstraftäter in der Nähe leben. Außer uns beiden. Das ist doch nur in Amerika, oder ist es hier auch erlaubt? Ich gehe nur in den USA. Das ist auch in den USA. Ob es irgendwelche Math-Aktivitäten gibt? Denunziant.de Ja, und die verraten auch, warum die Leute da gestorben sind. Meine Güte. Ja, ziemlich, ziemlich gute Seite. Aber ich glaube, das kriegst du schon hin, dass da Leute so. Ja, ja, ja. Das ist so ein bisschen wie. Ja, du willst ja als Senior dann wissen, dass. Sag, wie alt du bist, wie schwer du bist, wie oft du Nudeln isst und ich sage, wann du stirbst. Die sind ja auch gern frequentiert, solche Seiten. Das sagen, oh, meine Güte, ich brauche Nudeln zu essen. Gut, wenn du Nachrichten verschickst, wie verschickst du die am liebsten? Ich schicke einen Boten. Ja, und der liefert eine Kartoffel. Sehr richtig. Ja, das kenne ich auch schon. Die Potato Paso. Das gibt es mehrfach. Das gibt es auch in Deutschland, mehrere Anbieter. Das fand ich ja ganz geil, wo du deine Nachrichten auf die Kartoffel klatschen kannst. Wundervoll. Gibt es in Bio-Variante hin. Sonst was habe ich alles schon gesehen. Da habe ich gedacht, ja. Was ich doch zu dir gesagt habe, was ich mal ganz geil fand, weil das ich total durchgeschossen habe. Ich glaube, das amerikanische Postsystem ist halt auch einfach. Da kannst du so viel verschicken, was hier, glaube ich, ein bisschen schwierig wäre. Also ich meine diese billig-leichten Strand-Plastik-Bälle. Ja. Wo halt irgendwie zwei Frauen das gemacht haben, die halt dann irgendwie gesagt haben, sie haben die gleich gekauft mit dem Aufdruck, dass es verschickt werden. Scheiße. Sorry. Nächster Anruf. Übrigens, ja. Was denn? Ach, ich will das Nächste, will ich gar nicht vorwegnehmen, ehrlich gesagt. Was willst du vorwegnehmen? Das würde dich nur frustrieren. Was denn? Ich will es da eher rausfinden. Ja, naja. Das ist ein Service, mit dem du Müll bestellen kannst aus New York. Also quasi genau wie eine Berliner Dreckidee. Oh, nein. Und er kommt in so einem durchsichtigen Beutel und dann kriegst du ihn nach Hause. Ja, aber ich meine... Guck mal. Aber ich meine, die ist ja jetzt in New York. Und du musst halt einfach mal gucken, wie sie ihre Rechte da halt... Das haben zum Beispiel... Die sind dann sogar hier noch in die Höhle der Löwen gegangen und haben halt das bei der deutschen Version halt auch gemacht und haben auch einen Zuschlag gekriegt. Das ganz große Ding, was in Amerika, wo der Typ immer nur aufgetaucht ist, der glaube ich in drei Folgen aufgetaucht hat, hat immer nur gesagt, dass er reicher geworden ist. Wollte halt immer krasseres Angebot da halt unterbreiten. Und die haben immer gesagt, sind sie bescheuert? Und der wurde halt immer krass. Und zum Schluss kam er an und hat gesagt, ich bin gerade immer in Learjet gekommen, bin Milliardär, wir haben eine Stufe. Und das war der Typ, der halt Wein in trinkfertigen Bechern gepackt hat. Das ist ja auch... Die beliebtesten deutschen Startups sind ja die, die amerikanische Ideen kopieren. Auch ganz toller Gründerspirit. Ist wirklich so oder ist es... Also wie viele deutsche Unternehmen, die halt irgendwie groß geworden sind, haben halt eins zu eins eine Idee aus den USA kopiert, die einfach noch nicht hier ist. Ich habe auch lange Zeit für die Cash Show gearbeitet, diese eins zu eins Kopie von HQ Trivia. Das Krasse finde ich, dass die halt mit den Ideenzeug so das hinter den Berg halten. Weil das waren zwei Jungs irgendwie aus dem Süden Deutschlands und die haben halt diese Capa del Vino oder sowas ist das Original. Und die haben halt, weiß ich nicht, Traube in der Flasche oder sowas oder einen Becher genannt. Und die haben genau das Gleiche halt irgendwie kopiert. Und da ist dann halt auch jemand drauf eingestiegen und haben halt... Und ich gedacht habe, ähm... Eigentlich musst du ja nur die Weinsorten ändern. Naja, also es war halt schon so, der hat halt auch angegeben, beziehungsweise man konnte es halt im Netz. Ich habe mal reingeschaut, der hatte halt die Rechte für Nord-, Südamerika und hat irgendwie, ich glaube, Teile oder Europas oder Europa gar nicht. Und auf jeden Fall Deutschland nicht. Und da wollten die halt dann rein. Weil ich weiß nicht, das kostet wahrscheinlich auch mal Kohle, wenn du halt dann irgendwie sagst, hier, Patent bei, für, ich weiß ja nicht, dass du das kostenfrei machen kannst, sondern so ein Patentscheiß ist ja dann immer... Ja, das kostet schon was und das dauert auch teilweise ein bisschen länger. Ich meine aber, wenn du im Prozess bist, kann ja keiner während, also den Prozess unterbrechen, beziehungsweise wenn du jetzt sagst, ich habe vor drei Wochen was eingereicht und jemand reicht heute ein, dann ist es ja... Ja, ja, du hast dann schon Priorität. Genau, dass man sagt, ja, mein Sachbearbeiter schneller, haha, sowas, sondern du hast ja dann Zeit. Und ja, das Krasse ist, ich habe da mal drauf geschaut, es ist halt ja auch bei dem Patentscheiß, dass dann halt nicht gesagt wird von hier, Kappa del Vino, sondern du musst halt ja ganz genau beschreiben, wie groß der Becher, aus welches Material, welche Öffnung, was denn da rein, wie weit befüllbar, wie öffnen wir, welchen Kleber du hast geschließt, ist nur Gewinn. Und ich dachte, ja, da brauchst du halt nur eine scheiße Ende, das ist nicht geklebt, das ist ein Gewinnebums, sowas. Das ist halt tatsächlich ein Problem, also das, was immer im Patentrecht auch beschrieben wird, dass das halt für die komplexen Geräte und Produkte, die wir heute nutzen, nicht gemacht ist. Ja. Also das ist halt einfach für sehr einfache Sachen gemacht, wie ein Streichholz. Ja. Aber du kannst halt einfach, also auch gerade Technik, also du kannst ein Smartphone oder so nicht. Oh, lass dir runde Streichholz entwickeln. Oh, nice. Rund oder kugelförmig? Oh. Du musst dir mal wie so eine schwere Buhlkugel gegen die Feuerwand schmeißen, bis sie sich entzünden. Dann rennst du halt da hin und hältst da die Kippe oder irgendwas hin. Oder du legst Stroh unter die Feuerwand. Ey, ich wette, irgendwelche Affen würden sich dann halt so eine Feuerbowlingbahn halt in ihre teure Wohnung reinschweißen lassen von uns und sagen, ich entzünde immer meinen Kamin so. Ja, was hast du davon? Renn dann in die Ecke, zündet dann. Wie geil wäre das? Ein Kamin, der am Ende einer Bowlingbahn ist und die Bowlingkugeln sind aus Holz. Und wenn du neues Holz nachlegen willst, obwohl die ist ja vollkommen egal, die Bowlingkugeln sind nicht, die Pins sind ja alle aus Holz. Das heißt, du bowlst einfach die Pins ins Feuer, wenn du Feuer nachlegen willst. Ja, aber geil wäre es, wenn sie sich auch irgendwie entzünden, wenn du halt so einen Schmögel irgendwas, weiß ich nicht. Also entweder selbst entzünden, das wäre ganz geil, wenn die Köpfe der Pins halt immer noch diese komplette Masse hätten. Achso, ich dachte, dass das Feuer hinten schon brennt. Also du legst nur Feuer nach. Ja, gut. Aber gut, natürlich wäre es auch ganz gut, das irgendwie zu entzünden. Vielleicht kannst du ja für den ersten Wurf, tränkst du einfach die Bowlingkugel in Petroleum und zündest die an. Dann würde ich sagen, haben wir halt auch so eine CNC-Homefräse entwickelt, die jeden Holzflock in eine Pin verwandelt. Schmeißt nur oben rein, Pin, Pin. Und nach neun Dingern, nee, zehn, ist ja Bowling, stellst du dann wieder das Ding hin. So ein bisschen umgebaute Bowlingmaschine. Geil, für viereinhalb Milliarden schrauben wir das euch in eure Küche. Ihr habt es hier zuerst gehört. Wir warten nur auf eure Angebote. Oh, ich hätte keinen Bock, auch für viereinhalb Milliarden. Du bist ein bisschen Saging-Manager. Wenn ich an mir ein Werkzeug denke, ist es doch wieder ewig. Wir sitzen hier mit einem Multitool. Wir schneiden uns da mit einem Gerät, das aus jedem Holzblock einen Pin fräsen kann. Können wir mal den Engländer, können wir das irgendwie kleben hier? Wollen sie das jetzt jeden Abend nutzen? Ja, oder ein paar Spackschrauben rein. So irgendwelche Platinen aus alten Telefonen da ran genannt. Ich gucke mich auf das Petroleumbecken. Zum Schluss schlagen wir dann vor, dass es nur ein Falleisen ist, nur ein Beil. Aber ist das nicht genauso wie diese Spalter? Nein. Uns ist es viel zu kompliziert und funktioniert gar nicht. Ohne dass es am Ende einer Bowling-Bahn. Wisst ihr was? Wir kommen einfach. Sie wollen und wir schnitzen ihn in den Pin jeden Abend. Für die viereinhalb Milliarden kommen wir drei oder vier Mal. Kann ich ja mal meinen neuen Nachbarn aus dem Dachgeschoss vorschlagen. War das nicht irgendwie in den Ende der 90er oder Anfang 2000er, als so ein bisschen Internet in Deutschland verstanden wurde, dass so ein Junge brutal reich wurde, der einfach nur eine Seite hatte, wo er jeden Pixel vermietet hat? Und dann hatte der doch dann irgendwann so von wegen mittelgroße Dings, von wegen irgendwelche Regionalen haben das dann genommen. Coca-Cola hat dann was Größeres. Und dann hat auch so eine lächerliche Seite wie irgendeine Schauspielerseite, das versucht zu kopieren. Da war immer, wenn du die Seite angeklickt hast, musstest du erst diese komische, sag ich mal, Pinwand, die du mieten konntest, halt so wegklicken. Und dann hast du halt dann irgendwie so, weiß ich nicht, so einen kleinen Würfel, hat dann 25 Euro im Monat gekostet. Wenn du so doppelt, dann warst du bei 50. Dann kannst du gleich so ein großes Plakat, das dir in den Auge fiel. Das ist wieder dieses perfide System, um irgendwelche arm, traurigen, arbeitslosen Schauspielern, wie wir es sind, zu sagen, von wegen hier. Je mehr Geld ihr uns gebt, desto besser sind eure Chancen. Hat auch nichts mit Glücksspiel zu tun. Was habe ich letztens gehört, weil, ja genau, von meiner Freundin, weil so viele Caster geweint haben, ist jetzt demnächst bei Filmmakers die erweiterte Option nicht von wegen welcher Regisseur, sondern welcher Caster ist denn zu diesem Projekt halt tätig gewesen. Und ich dann immer, bei mir sind es ja aber keine, Hans Pimmelmeier. Uh, Hans Pimmelmeier. Der macht sehr viel. Der hat ganz schön viel gecastet. So was. Ich meine, weil du wurdest ja zum Beispiel für Durex auch nicht gecastet, sondern angefragt. Dann kannst du es eintragen, kannst du da aber sagen, äh, weiß ich nicht. Wer hat denn da gecastet? Vielleicht kannst du die nochmal ansprechen. Joachim von der Hoden. Ach Mensch. Da arbeitet der nicht mit Pimmelmeier Productions zusammen? Ja, das sind ja auch Hoden Pimmelmeier. Hoden Pimmelmeier. Dass denen halt auch immer der Arsch geküsst wird, ne? Also immer dieses, wo du denkst, ah. Ja, unglaublich wichtiger Beruf, der dafür sorgt, dass nur Qualität im deutschen Fernsehen Ich möchte noch die Spalte haben, dass ich hier mal eintragen kann, wer ich denn bin. Nicht welche Figur ich gespielt habe, sondern wer ich denn bin. Auf meiner eigenen Seite. Und die Rolle habe ich gespielt. Ja, ich. Mein persönliches Ich war es. Dirk. Ja, ich. So extra lang. Da kannst du immer variieren. Oder du kannst immer Bilder rein. Das wäre geil. So eine kleine Thumbnails, wie du denn da ausgesehen hast. Beziehungsweise vielleicht, wie du im Nachhinein darüber denkst. Oder ein Dickpick von dir in der Rolle. Nice. Hier kam ich schwer raus, weil es ein Ganzkörperkostüm war. Ich war ein Superheld. Ja. Wow. Wow. Da sind wir wieder. Zurück am Anfang. Was war jetzt nochmal deine Frage, welches das Unnützeste war oder was? Das Unnützeste, das Schlechteste. Das ist die Pointe, das ist die April-April-Pointe. Sie sind alle unnütz und schlecht. Ja. Also ich meine, es ist ja, Oscar hatte das neulich mal so schön gesagt, das sind alles ausgedachte Leute mit ausgedachten Berufen und ausgedachten Firmen, aber echt im Geld. Ja, aber ich habe das Gefühl, damit haben wir echt viel zu tun. Ja. Also es ist ja nicht nur in dieser Startup-Welt, sondern auch in der, wie oft das Gefühl hast, Leute erzählen halt so eine endlose Wurst. Du denkst, aber das ist doch, das bedeutet doch gar nichts. Ja. Für Nüsse ist das doch. Ja, ja, es ist doch, ich weiß auch nicht. Also ich finde ja viele Leute aus unserer Branche auch in so einer Feedback-Schleife, die dann nur mit so Leuten rumhängen, die es auch immer, das ist total geil, das ist total geil. Was ich ganz schlimm finde, wenn wir halt wieder irgendwie ein neues perfides System haben, wo wir halt abgezockt werden und Schauspieler finden das gut und andere Schauspieler supporten das, also sich gegenseitig von nicht. Ja, und ich war, also keine Ahnung, hier, du kannst dich ja beim Crew-Call dich da einkaufen, dass du vorher essen kannst und dann muss da ein oder zwei Caster, müssen da halt mit am Tisch sitzen. Ja. Und dass du exklusiv mit denen. Und können dir beim Essen zusehen. Genau, und dass ich halt einfach Mördergeld mache, so. Ja. Und da ist halt einfach nichts da, weißt du, ganz genau, die sagen von denen, Alter, halte die Fresse, ich will hier essen, danach besaufe ich mich und die Gespräche mache ich dann mit den Leuten, mit denen ich eh immer arbeite, so. Und solche Sachen. Und dann gibt es halt einfach Schauspieler, die sich untereinander immer supporten und sagen, ja, das ist total gut. Ey, das kostet nur 119 Euro. Wow. Ey, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich war letztes Jahr da, das war echt total toll. Weil ich habe Herrn Pimmelmeier von hinten gesehen und von Hoden war auch da. Zur nächsten Berlinale baue ich mir, glaube ich, zu Hause eine Sponsorenwand und verkaufe Fotos davor. Das ist mein Startup. Für Leute, die keine Lust auf die Berlinale-Partys haben, da eh immer nur vor der Sponsorenwand stehen. Die können auch zu mir ins Studio kommen und da ist eine Sponsorenwand. Ah, ich glaube, ich weiß nicht, ob du das willst, aber weil, also da stehen dann wirklich bestimmt die Leute Schlange. Ja, ich verlange Geld dafür. Ja, und? Wir kennen genug Spinner, die das machen würden. So, der nächste bitte. Nein, du hältst bitte keine Uhr rein. Nein, grinst nicht so. Nein, nein, nein. Jetzt zeig mal wirklich, wie du... Nein, 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 nein. Und dann nennen wir es die wahre Sponsorenwand. Uh, aber Ware ohne Haar True House of Horror Also auf eine neue App-Idee Das ist eine Podcast-App Wo du, wenn du keine Zeit hast für einen Podcast Hören Leute den für dich und fassen den zusammen In fünf Minuten Aber in genau der gleichen Länge Wie soll ich es dir erzählen? Also der wäre erstmal echt müde Also Dirk und Klaus reden Und ich hatte das Gefühl, ich weiß, einer von beiden Ich glaube, Klaus War im Urlaub Ne, warte, das war Dirk Und der, warte, warte, jetzt erzählt er Ich muss noch ganz kurz ruhig sein Der ist, glaube ich, Kapitän Ach, das ist ja geil, dass die Leute das live sagen Ja, das ist natürlich super Das sollten wir mal basteln Live-Zusammenfassung Von einem Podcast-Thema Und bei dieser ganzen Podcast-Vielfalt Ist es dann auch so ein bisschen Podcast-Memory Man muss raten, welcher Podcast das denn ist Ja Die haben, die haben jetzt über ihr Leben Weil so viel Geld Ich glaube, warte, ich glaube, es ist doch ein Startup-Podcast Höre ich gerade raus Oder ich Ich höre mal fünf Minuten zu Warte mal ganz kurz Jetzt war einer an der Tür Das ist leider auch bei sehr viel Podcast mal so Das ist ja auch mal eine geile Unterbrechung Ja, finde ich gut Sollten wir weiter daran arbeiten Naja Baust du jetzt eigentlich die Scharniere so aus, dass du die Türen bald Ist ganz gut, ne? Ja Also irgendwann hast du so Mit vielleicht Gummis dran Hast du so ein Saloon-Ding Musst du in der Mitte auch noch weg Dass sie sich einmal Also Klaus, muss man erklären, ist hier gerade dabei Halt irgendwie hier so eine doppelte Drehtür in seiner Wohnung einzubauen Ich weiß ja nicht warum Wahrscheinlich ist er der Erste, der so den größten Ventilator in der Wohnung hat Ja, aber dann wird das Dann wird die Wohnung schnell verkauft Weil das wollen alle Ja, ja Ich habe mir überlegt, dass der obere Bereich Die haben ja immer so geile Namen Also jetzt dein Haus, wenn es oben ausgebaut ist Und die ersten Leute dann einziehen Das muss ja irgendwie einen geilen Namen haben Und ich hätte da vielleicht Chantal Gold Das Pinnelquartier Die goldene Dusche So Ich finde ja eh, dass der Aufzugschacht, der jetzt hier so schön gläsern ist Ist eigentlich auch der größte gläserne Sarg der Weltbestimmt Ja, also so wie der gebaut wird hier Also ich meine, in der Zeit wird er gar nicht gebaut Aber wenn er dann von irgendeiner dubiosen Aufzugfirma Die sich nicht so genau an die Vorschriften hält Fertiggestellt wird Hovercraft Das wird, glaube ich, ziemlich gut Das ist ja echt gut Ich meine, es fährt ja nur einer an Die fahren ja nur irgendwie ihre Was sind das oben? 300 Quadratmeter? Wie hast du gesagt? Ungefähr 300 Quadratmeter für 3 Millionen 300 kommt hin Ja Für 3 Millionen, ne? Ja Plus minus Also halt ohne Steuern Und die ganzen Gebühren Ja Du kannst ja alles, du holst ja alles wieder Das ist ja quasi oben alles Büro Das denke ich auch so für 3 Millionen Oder wahrscheinlich ist das dann 4 Millionen mit Gesamtkosten Aber trotzdem Für 4 Millionen würde ich auch unbedingt bei mir im Haus wohnen wollen Da hätte ich richtig Bock drauf Wir müssen für 4 Milliarden erstmal diesen blöden Pinnfräser bauen Da habe ich schon keine Lust drauf Fangen wir jetzt gleich an damit Ja, würde ich sagen Oh Mann Mit einem Taschenmesser und hier hat er ein Multitool Gut, wir sind durch, sagst du, oder was? Ja Ja, Nüsschen Dann schreibt uns doch einfach Eure Startup-Ideen Für nüsse at gmail.com Oder add für nüssepod auf Twitter Und zwar eure Fragen, eure Ideen YouTube für nüsse mit Dirk und Klaus Da sind wir Dirk und Klaus Podcast-Apps für nüsse mit Dirk und Klaus Da sind wir Dirk und Klaus Ja Ja, in diesem Sinne Bis irgendwann mal Entschuldigung, dass du lange da hast Tut mir echt leid Entschuldigung, haben Sie Tu mal leid, dass ich klotze Schöne Königsberger klotze